Ich möchte euch beibringen, wie ein Iglu funktioniert. Das ist eine Tarp-Schelte-Aufbau-Variante. Als ersten Schritt schmeißt man den Tarp auf den Boden. Als zweiten Schritt breitet man das Tarp aus. Jetzt nimmt man den Hering und schiebt den genau hier rein. Also nicht hier in der Mitte und auch nicht an der Ecke, sondern genau dazwischen. Also hier rein. Und das macht man mit der anderen Seite auch so richtig schön straff. Jetzt nimmt man diese Ecke und schiebt den so drunter. Also unter dem Tarp. Und diese Ecke, die spart man dann auch ab. Mit dem Hering. Meine Heringe schwimmen immer noch in Portugal rum. Meine alten. Und genau dasselbe machen wir mit der anderen Seite auch. Also die Ecke hier runterschieben und die Ecke hier abspannen. Jetzt nimmt man diese Ecke hier und packt ihn genau an dieser Stelle, wo dieser Schlaufe ist. Also ungefähr so. Genau. Und den spart man hier ab. Und das machen wir mit dieser Ecke auch. Dass man den hier an der Stelle abspannt, wo die Mitte hier vorne ist. Genau. Schön fest. Jetzt nimmt man einen Stock. In meinem Fall so einen Tracking-Stock. Weil den hier, den kann ich so richtig empfehlen für so eine Aufbau-Variante. Und genau, das spannt man dann hoch. Hier von der Mitte aus. Jawohl, das sieht voll cool aus. Es ist fast fertig. Es ist soweit. Jetzt nehmt ihr einen Paracord und spannt dann hier diese Ecke hier ab. Also nicht der hier in der Mitte, sondern diese hier. Genau. Und das Ding, das spannt ihr hier auf diesen hinteren Hering rein. Genau. Und genau, dasselbe macht ihr mit der anderen Seite auch. Ich wechsle mal die Perspektive. Genau. Paracord. Und dann diese Schlaufe hier abspannen. Zu dieser hinteren, wie heißt das Ding? Genau, Hering. Fertig ist die Tarb-Aufbau-Variante. Das ist Iglu oder Tarb-Tent oder wie man das sonst nennt. Genau. So heißt das. Das ist diese Tarb-Auf-Variante. Ich werde einmal um den Tarb rumlaufen, damit ich euch alle Ecken zeigen kann. Wie ich das hier festgespannt habe. Damit ihr das sehen könnt mit Augen über den Bildschirm. Genau, so sieht das aus. Und innen drin sieht das so aus. Da ist genug Platz. Da können sich zwei Leute runterlegen. Diese Tarb-Schelter-Aufbau-Variante ist voll cool. Die sieht zwar kompliziert aus, aber das ist nicht so kompliziert. Das war ganz einfach, das aufzubauen. Aber auch wenn das ein bisschen Zeit gekostet hat, aber trotzdem ist das eine voll cool Aufbau-Variante. Die sieht ähnlich aus wie so ein Zelt. Und die ist gut gegen Sturm und Regen und so. Also nur diese Kladow-Flock ist vorhanden. Aber sonst nicht. Das ist voll cool. Das kann ich empfehlen. Wenn ihr noch weitere Tarb-Aufbau-Varianten kennt, die ich noch nicht drangenommen habe, dann schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich werde alles durchnehmen. In diesem Video zeige ich euch, wie die Tipi-Aufbau-Variante funktioniert. Diese Schelter-Aufbau-Variante ist komplett geschlossen und somit noch besser geschützt vor Sturm und Regen. Deswegen gebt euch dieses Tutorial auch. Bis zum nächsten Mal.